Hallo und herzlich Willkommen bei einem Video von Dr. Psi. Wir beschäftigen uns heute etwas ausführlicher mit der Röntgenstrahlung. Zunächst behandeln wir einige Eigenschaften dieser merkwürdigen Strahlung. Deshalb wurde sie auch als X-Ray bezeichnet oder X-Strahlung. Und dann sehen wir uns das Spektrum dieser Strahlung etwas genauer an und versuchen die komplizierte Struktur dieser Strahlung, dieses Spektrums, zu erklären. Konrad Wilhelm Röntgen entdeckte 1895 die nach ihm benannte Röntgenstrahlung. Sie wird von ihm als X-Strahlung oder englisch X-Rays bezeichnet, weil sie halt bestimmte Eigenschaften für ihn neuartige und bis dahin unbekannte Eigenschaften zeigte. Nämlich sie konnte den menschlichen Körper durchdringen und wurde weder von elektrischen noch magnetischen Feldern in ihrer Ausbreitung beeinflusst. Die Herstellung der Röntgenstrahlung ist heute nicht unser eigentliches Thema. Wir beschäftigen uns mit der Darstellung von Eigenschaften der Röntgenstrahlung. Wir sehen hier eine Abbildung, die uns zeigt, wo diese Strahlung hinsichtlich der Wellenlänge und der Frequenz einzuordnen ist. Wir sehen entsprechende Größenordnungen im Modell von anderen Strahlungsarten. Und wir sehen, dass sie in der Nähe des also jenseits des sichtbaren Lichtes liegt, aber noch nicht im Bereich der Atomkerne, der Ausdehnung der Atomkerne. Aber eins ist ganz wichtig schon zu registrieren. Die Röntgenstrahlung hat Wellencharakter. Wellenlänge und Frequenz sind also auf diesem Bild hier in etwa abzusehen. Wenn nun die Röntgenstrahlung eine elektromagnetische Welle ist, sollten alle Welleneigenschaften, insbesondere die Interferenz, nachzuweisen sein. Dieser Nachweis gelang lange nicht. Bis Max von Laue kam, er dachte sich, dass wegen der sehr kleinen Wellenlänge ein Beugungsgitter, mit dem man Interferenz nachweisen konnte, eine wahnsinnig kleine Gitterkonstante besitzen sollte. Und der Grund war natürlich, dass Wellenlänge und Gitterkonstante in derselben Größenordnung liegen müssen, um diese Effekte zu zeigen. Laue kam nun auf die Idee, dass die regelmäßige Anordnung der Atome in Kristallen geeigneter Abstände aufwies. In dieser Abbildung siehst du Verhältnisse, die das in etwa widerspiegeln. Du siehst die Netzebenenabstände d. Sie liegen etwa in der Größenordnung von 10 hoch minus 10 Meter. Und die Röntgenstrahlen, die auf den Kristall fallen. Sie werden an der Netzebene oder an den Netzebenen reflektiert. Und nun kommt's. Wenn für den Gangunterschied gilt, also der Gangunterschied ist Delta S. Und ich kürze hier einfach mal ab. Wenn für diesen Gangunterschied gilt, AB plus BC gleich 2D. D sind die Netzebenenabstände dar. Mal Sinus von Alpha. Und wenn dies erfüllt ist, dann kommt es zu einer konstruktiven Interferenz. Und genau das ist es, was wir brauchen, damit der Wellencharakter der Röntgenstrahlung nachgewiesen wird. Diese Gleichung nennt man auch die Brachsche Gleichung. Und zwei Dinge sind noch anzunagen. Die Vergleichung sagt aus, dass es dann zur Interferenz von Röntgenstrahlung kommt. Wenn die Strahlung unter einem bestimmten Winkel, natürlich klar, dieser Winkel steckt hier drin. Er wird auch als Glanzwinkel bezeichnet. Auf die Netzebene Schar trifft. Und zweitens, aus den entsprechenden Experimenten konnte zur damaligen Zeit, es war so ca. 1912, auch auf die atomare Struktur oder auf den atomaren Aufbau der Kristalle geschlossen werden. Und das war damals eben auch eine tolle Leistung. Ja, nun zum Spektrum der Röntgenstrahlung selbst. Schauen wir uns einmal die Abbildung hier an, die ein Experiment zur Erzeugung von Röntgenstrahlen darstellt. In einer Röntgenröhre mit zum Beispiel einer Kupferanode wird ein Röntgenstrahl erzeugt und ausgeblendet. Dieser Röntgenstrahl, man sieht diese Blende, trifft auf ein Lithiumfluoridkristall. Dort wird er auftreffen unter einem ganz bestimmten Winkel. Wir haben ihn hier Alpha genannt und er wird entsprechend reflektiert. Das siehst du dort und es wird ein Nachweisgerät, ein Zählrohr aufgebaut. Und damit kann man die Intensität der vom Kristall reflektierten Röntgenstrahlung bestimmen. Und da der Kristall drehbar gelagert ist, spricht man bei diesem Beispiel, bei diesem Experiment auch von der sogenannten Drehkristallmethode. Nun, bei bekanntem Netzebenenabstand d lässt sich jedem Winkel eine ganz bestimmte Wellenlänge zuordnen. Und dies geschieht gemäß Lambda gleich 2d mal Sinus Alpha. Und wenn man dies aufträgt über der Intensität oder besser andersherum die Intensität über der Wellenlänge, erhält man ein solches Spektrum, wie du es hier siehst. Die Beschreibung kann etwa so erfolgen. Wir betrachten einen Bereich, der von der Intensität 0 an beginnt und wir sehen hier ganz deutlich eine kurzwellige Grenze. Dann steigt die Intensität recht stark an und sie nimmt kontinuierlich einen Verlauf hin bis zu größeren Wellenlängen. Aber man sieht hier ganz deutlich zwei ganz scharf ausgeprägte Intensitätsmaxima. Und diese Merkmale, kurzwellige Grenze, ein recht lang anhaltender Abfall mit den zwei Intensitätsmaxima, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen und versuchen diesen Verlauf zu erklären. Nun die in der Röntgenröhre.